ein recht herzliches willkommen bei blacktree gaming heute wieder ls19 unsere abschiedstour mit dabei der neulandhandel phil hallöchen und unser maschinenpolizist und feuerwehrman junior hallo so wie geht es euch männer noch ein bisschen grad war ja oben dem aufbaustress noch grad hier überall aber so relativ gut entspannte entspannt ich habe noch den anhänger von pild dran ich bin der meinen ich habe alle abgekuppelt habe aber dann nur zwei abgekuppelt sobald gefällt fünf abgeerntet haben liebe leute verkaufen wir kauf uns 13 da 9 10 11 12 13 langfristig bewirtschaften kann und dann werde ich später und dann ganz zum schluss 1 und 2 noch wegballer richtig geballert alles wegballer da kommt was auf dich zu viel ja ja am wachstum die sind beide noch nicht so weit 25 vielleicht bald dann schluss sehr schön der hier fleißig und dünn und wir verkaufen jetzt die endmaschine und ich bin hängen dem es gibt sich das will ich einfach hängen geblieben ich bin hängen wir haben uns da noch ein bisschen verbessern können sie teilen hier 6 meter genau so breit techniker breit der kann sehen alles nicht ich bin locker schule dann machen wir jetzt mal was feuer abend gleich ganz gleich moment wie du sagst jetzt warte kurz warte kurz scheiße ich habe vergessen wohin beziehungsweise das machen wir jetzt natürlich wenn es losfährt ist schwachsinn nein alles gut es ist die zeit fertig alle die unschwingte hut auf geht's wir haben irgendwie mein spiel hängt ich gehe aus dem spiel raus wir gehen schlafen moment noch nicht draußen acht stunden war eine 20 ich habe sie fühlen das hat nicht geklappt nicht weil wir offiziell draußen war so kann ich mal schlafen klicken aber doch jetzt geht es ja ich habe auch gerade nie untersaust dich in die zahl was steht los hast du auch noch mal acht stunden nein ich hab nix ja nö okay war mal selber aus schnell ja wir haben diese gass gegeben mehrere tage übersprungen schlaf nachholen das war jetzt weil ich schon was oder es war mehr sogar so und start das spiel startet gerade wieder ja wir sind mal kurz raus hier ne damit wir gleich wieder rein können passiert halt mal ne mitten in der aufnahme spitze shit happens shit happens shit happens ich habe kein passwort ich habe kein passwort spiel wird geladen bitte warten ich habe kein passwort 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 Kommt ihr beide gerade drauf? Ja. Also ich, ja. Ja, aber nur weil gerade das andere Synchro-Bild jetzt wieder da ist. Ja, ich Synchro-Bild ist hier auch. Es wird sein, dass wir ziemlich reingeschissen haben, weil, äh, ich weiß nicht, wann der letzte Autosef war. Oh. Es ist zumindest Nacht. Ah ja, gar nicht so lange, ja. Oder? Das ist gerade vor dem Schlafen, ja. Dreiviertelstunde vor dem Schlafen. Ja, vor welchem Schlafen? Vor welchem Schlaf? Warte, sag ich dir gleich. Nee, es ist den ganzen Tag hinten dran. Oh, fuck. Es ist sogar noch viel länger hinten dran. Ah nee, meine Maschine steht auf Platz. Nee, meine Maschine steht hier, aber, ja gut, Maschine steht ja nie. Warte, ich kann es ja genau sagen. Nee, es ist nicht so lang. Es ist wirklich kurz bevor mir. Ich habe gerade angefangen, meine Eierpackung wegzuholen. Okay. Oder? Aber? Ja, also auf jeden Fall steht, steht mein Traktor noch beim Hof von Phil. Ich war gerade am Hof fahren, um den zweiten Hänger, also den Hänger, wo ich vergessen habe, abgeguckt, bin hochzufahren. Ja, ja, mein Feld ist ja schon fertig eingesät mit Raps, alles gut. Wir haben wirklich vielleicht eine halbe Stunde oder so verloren. Okay. Okay. Ja, ja, ich war ja gerade am Maschine verkaufen, deswegen, da steht es ja nämlich noch, alles gut. Okay, also von mir aus können wir es jetzt nochmal probieren und schlafen. Nein, wir warten jetzt mal, kann auch die Maschine loswerden. Moment, Moment, ich warte mal so. Dann schlendern wir mal durch mein Mais-Labyrinth hier. Lecker, lecker, lecker. 100% gedüngelt. Okay, also ich bin bereit. Okay, jetzt können wir ja. Ich mache sonst keiner. Ich habe gerade irgendwie Deja-Vue. Schauen wir mal, ob es durchläuft. Ja. Ach, eine Woche. Ähm. Ach. Ich muss aber, glaube ich, nochmal kurz raus, weil bei mir ist Synco irgendwie da verschissen. Okay. Okay. Also ich bin nochmal kurz raus. Ja, okay. Dann kommt aber gleich wieder. Was macht der jetzt? Was ist mit dem Bubi hier? Der kann zurück auf den Park geplant. Oh, synchronisiert, schau wir alle. Oh, jetzt können wir wieder durch, starten. Starten, starten. Oh, jetzt wird die Info sieht immer noch beschissen aus. Warten wir kurz vielleicht, bis zum 6. jetzt hier bin ich jetzt hier bin, vielleicht ist es dann wieder. Ja, ja. Äh, nur mal so eine ganz kurze Frage, muss ich hier irgendwas Bestimmtes, weil ich habe in einem Landhandel noch keine Erfahrung so, irgendwas Bestimmtes noch für dich zurückhalten, außer die Kartoffeln, die wir ja besprochen hatten? Ja, das passt sonst auch nix. Okay. Also Phil, falls sie irgendwann mal aus irgendwelchen Gründen das Kalk ausgeht sollte. Ich habe noch ein paar hunderttausend Glitter hier. Ähm, Kalk geht mir glaube ich nicht aus. Äh, Herr Landhandel, Ding Dong. Ja. Ding Dong. Also, äh, folgendes. Ich habe für dich sie 47.000 Liter Gerste zum Abholen. 47.000? Ja. Ja. Okay. Und dann bitte noch jeweils 8.000 Saat und Dünge. 47.000? Ja. Okay, meine LKW ist gerade unterwegs, den ist aber gleich wieder zurück und dann schicke ich ihn ja gleich runter. Ja, hier um 6 Uhr ist der da, schon kriege ich doppelte. Auf, kein. Das war so klar. Ich wünsche mir den alten Landhandel zurück. Und schon kriege ich nicht, was ich will, also bitte. Ja, ja. Kaufst du mir eigentlich Dünger und Gülle ab? Äh, Müscht und Dünge, Müscht und Gülle, so rum? Äh, ja. Würde ich, glaube ich, machen. Aktuell habe ich jetzt noch nicht so viel. 5.000 Liter Gülle hätte ich. Ah, da ist zu. Da ist der Schrank zu. Ist doch scheiße. Kein Wunder fährt der nicht. Ich merke schon, ich brauche ein zweiter LKW. Den finanziert aber dann nicht die Stadt. Ja, nee, das ist echt grauenhaft. Vor allem, ich muss jetzt mal gucken, dass ich die anderen zwei Produktionen noch baue und alles. Oh, den Häcksler brauche ich auch noch. Der Mähexler. Der Mähexler, hä? Der Mäxler. Haha, der Mäxler. Der Mexiko-Häcksler. Der Mäxler. Teil 3. So, Dünger müssen wir nämlich auch. Oh. 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 Herr Abschleppdienst. Oh Gott, ich bin unterwegs, wohin? Zum Schweinehof, bitte. Schweinestall. Muss die Polizei und die Feuerwehr auch kommen? Abschlepp erreicht sich auf meinem Grundstück. Okay. So. Ah, jetzt hat sie es synchronisiert. Dann schicken wir den mal schon mal hoch. Belt. Hey. Buf. Was machst du? Äh, Maschinenhandel, wo hast du mir meine Hänger eingestellt? Da, über die Grünfläche da. Da, über die Grünfläche? Ah, da oben. Ist ja nicht mal meine Fläche da oben. Achso, nicht? Nee. Ich hab gedacht, die hast du gekauft. Nee, 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 nee. Ich hab ja oben dran noch. Ich hab mal überlegt, zu können, aber... Da, über die Grünfläche da oben ist, ich hab ja noch mal geholfen, ich muss erst mal das richtige Modul dran. Ist das ein Abblatt, hinst du? Ja, aber bitte nicht allzu lang geduldig. Ich versuch's. Ich bin kein besonders geduldiger Mensch. Vor allem, weil ich das Zeug brauch. Ich mach rundum leuchten an, dann geht's schneller. Hm, bestimmt. Hm, stimmt. Ah, so, jetzt mal. Ich hab kein Geld gekriegt. Warum hab ich kein Geld gekriegt? Welchen? Von wem? Hab's vielleicht der Junior gekriegt oder so. Junior, guck mal, in deiner Bilanz. Hat man doch schon mal. So, weil's seine Frucht war, oder was? Was kann das sein, oder? Ne, sein Hänger. Ne, ich hab's mit meinem Hänger gefahren. Ja. Warte mal, ich guck jetzt grad mal. Man hat es mal, war so, dass es auch irgendwie falsch gebucht hat. Ah, weil die Synchronisierung da nicht gepasst hat. Ein Name, Ernte, heute? Nix. Ja. Ich hab auch nichts. Warte, ich guck kurz. Ein Name, Ernte, ich auch nicht. Sicher, dass du Soja verkauft hast? Ja. Ich hab nämlich mein leerer Hänger und komm grad zu dir, um die Ding abzuholen. Und dann wollte ich's bezahlen, jetzt hab ich das Geld nicht. Das ist auch blöd, ne? Kann die Stadt mal bitte? Moment. Warte kurz. 248.000 Opsa. So. Wir packen mal Eier. Zack, die Bone, zack, die Bone. Oh, hop, 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 hop. Oh, ist ja schön. Ah, die Schnauze. Hast du noch einen anderen Frontlader-Ding? Hier. Hä? Nein. Nicht? Das heißt, Frontlader-Ding. Also ich hab noch ein Treck. Frontlader-Fahrzeug. Gemeinde. Ich brauch bitte das Geld, weil sonst kann ich dem Herr Antlauer seine Waren nicht abkaufen. Ja. Ich bin grad selber beschäftigt mit dem Herrn Antlauer. Ja. Ich glaub, Code ist ein wichtiger. Äh, gibst du mir mal Lohnunternehmer? Ich. Nein, Achim. Wenn du andersrum anfährst, kannst du gescheit wegfahren. Okay. Wüsste ich nicht. Alles gut. Aber das AD fährt von der anderen Richtung an. Gäste wolltest, gell? Ja. Oh, ich kann schon alles mitnehmen, was da drin steckt. Jupp. Wie viel waren's jetzt? Äh, 81.600. Lädt das nicht ein. Aber was ist los? Stimmt was mit dem Hänger nicht. Deswegen haben wir wahrscheinlich kein Geld gerägt. Jetzt sind wir einmal zurück. 81.600 Euro. Ja. Will, setz den Hänger einmal zurück. Ja, mach ich rein. Ich muss ihn grad zurück. Dann geht's. Ich überweise es. Muss ich halt nochmal wegfahren. Und den LKW am besten auch. Hab's überwiesen. Pass auf, muss er raus. Pass auf, muss er raus. Hof 2, Silo. Gäste. Zu. Hof 1. Silo. Ich will jetzt aber hier noch ein paar Scheinchen sehen. Oh, danke. Ja. Herr Abschleppmensch. Jenny. Kann ich mich auch Junior nennen? Oh. Dann Herr Junior. So, vielen Dank. Vielen Dank. LKW ist unterwegs. Hof 2, Silo. Hof 2, Silo. Abladen. Er wartet. Er wartet. Er wartet. Alle warten. Ja, dude. Ja, ja. Sehr schön. Äh. Hier, äh. Wasser können wir nochmal rublen. Raps ernten wir bald. Nein, es lohnt sich jetzt nicht zu fahren. Ich hab schon 17 Schweinchen. Ich hab schon 17 Schweinchen. Was bringt gerade Eier? Eier, 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 Eier. So, da vorne fährt der LKW vom neuen Landhandel. Ja, weiter wird flutter. Ah, er ist ja beim Hindle losgefahren, gell? Ja, ja. Er war beim Hindle. Ja, Stele da ein. Sehr schön. Klappt's jetzt, okay, warte, komm, Kabel da. What? Und dann müsst ihr ja eigentlich automatisch dann losfahren, gell? So hab ich's geplant. So, dann bekommst du 28. Boah, Geld. 1200. Will ja auch noch Dünger. Ja, ja, aber ich mach das jetzt so, weil... Musst du Dünger jetzt erst noch bringen. Äh, dein LKW. Ja, ich seh's grad. Wo will denn der raus? Hä? Der fährt einmal hier jetzt rum und dann fornert der Hof raus. Bei mir ist ein Bahnhof. Problem ist, die Lampe, die ist neu beim großen Silo. Ich muss da... Halt, jetzt drückt er einfach meinen Helfer da um. Ja, ich muss da rumgehen, Entschuldigung. Du musst es nochmal ein bisschen besser steuern. Ja, vielleicht ein bisschen mehr, äh... Ja, ich hab's üblich. So, ähm... Nochmal hab ich nicht 48.000 Liter Gerste. Hä, wieso kommt der jetzt nochmal? Ah, das war... Weil das noch aktiviert war, warte mal. So, jetzt hab ich grad Einnahmen, Ernte... Ah, das sind meine Eier. Also... Hm. Ja, jetzt... So, jetzt müsst ihr vom Hof fahren, aber... Wie den mach ich jetzt. Ich hab ja noch was zu tun. Na, jetzt fährt er an, da glaub ich. Ja. Okay. So, jetzt fährt er 23. Können wir mal gucken, wieviel Dünge wir brauchen. 23 brauchen wir. Ja. 1987. Scheiße, ich hab nur 848. Scheiße. 140 Kakt-Liter-Dünger. Äh... Halt, der Landhandel ist doch hier. Du. Hä? Landhandel. Ja. Darf ich mir bei dir... ... einmal Dünger voll machen? Wie, einmal Dünger voll machen? 2400 Liter Dünger. Meine Dünge Spritze. Ja, okay. Dünger. Ja. 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 Dann wollte ich mal fragen, wo mein Dünger und Saatgut bleibt. Ja, ich muss produzieren, ich hab grad noch nix, warte mal, aber ich hab ne Lösung. Ich hab ne Lösung. Ich komm grad nur zu irgendwie grad nix hier, weil ich das erstmal alles aufbauen muss. Das ist echt kacki. 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 Das ist ja ... Was machst du? Oh, Zeug's? Wo ist, ähm, hier Dünger? Da ... ja aber der ist leer aber ich habe im silo also dann kommt dann fahrt aber weg aber dafür wird es bezahlt natürlich bezahlt ist aber ich würde dich beliefern jetzt gehen wir mal kurz lohn unternehmen ja wir rechnen nach ab und das geld von mir hat jetzt gerade ein bisschen alles bescheuert wenn wir keine scheißproduktion bis die mal gelaufen sind aber meine lieben leute in der nächsten folge seht ihr wie ich die erste anlieferung macht von dünger wenn es euch gefallen hat dass ein daumen da bis dahin wenn es euch gefallen hat dann lasst gerne daumen nach oben da abonniert uns schreibt gerne in die kommentare vielen dank bis bald